Hm, ob ich mir ein riesiges Eis als Trostpflaster holen sollte? Da ist ein Eisstand. Wollen wir mal gucken, ne? Na, bist du auch heiß auf Eis? Das habe ich nicht ganz aufgepasst. Was soll ich jetzt hier rausfinden? Haben wir uns ein Eis geöffnet? So viel Geld, wie wir haben. Du? Darf ich fragen? Klar, Schleswig-Holstein. Johnny kommt aus Schleswig-Holstein. So, das Eis geben wir jetzt dem Kleinen, würde ich sagen. Was ist das denn jetzt? Ich check grad gar nichts mehr. Wie, jetzt das Eis bringt mich irgendwie weiter. Komm bald wieder. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Aber irgendein Hinweis, wie bei dem Stand. Nur die Preise sind überteuert. Ja, das ist schon. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt ist. Wie das früher war. Jetzt weiß ich auch nicht. Aber das ist schon schweineteuer geworden. Habe ich auch gehört. Ja, jetzt haben wir Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Und wir haben Schweiz und Österreich. Also wie gesagt, wir sind internationale Leute. So, jetzt nochmal den Jungen versetzen. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Beim Eisstand. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Ist ja auch eine Eistüte drauf. Oh, ein schönen Gruß aus Kanto. Ein Wasser, vier Euro. Geht's noch? Und Berlin. Achso, QuickNake Berlin. Okay. Löner gefühlt zehn Euro. Ich bin auch halb Österreicher. Achso, okay. Ein Wasser, vier Euro. Das ist ein Wasser, teurer ist als eine Cola. Also ganz ehrlich. Gehst du am Wasserhahn, hast du selber da sein. Eis. Äh, Wasser. Eis. Kanto-Crebs. Aber was für ein kurioses Angebot denn? Noch ein Eisstand. Wir braten ein Reisbällchen. Ah. Mit Geld bezahlen. Weiß nicht, was mir diese ganzen Werte bringen. Aber egal. Meine Mutter kommt aus Österreich. Mein Vater aus Deutschland. Okay. Muss wieder weg. Scheme wartet. Scheme oder Scam. Nein, Spaß. Alles gut. Viel Spaß, Liam. Weiterhin. Viel Spaß. Und versuch nicht zu kotzen. Das sieht irgendwie pervers aus, oder? Screen. Ach, Screen. Scream, ja. Ist das da, wo man in das Maul von dem einen reinfliegt? Ich weiß, das kann ich mehr. Kommt bald wieder. Alles klar. Damit haben wir die Infos eigentlich zusammen. Dann können wir los. Ich verwirre mich gerade voll selber. Wo war das? Hier war das. Perfekt. Ist der freie Fall. Ach so. Mit dem bin ich nicht gefahren. Das weiß ich noch. Freie Fall. Auf sowas stehe ich gar nicht. Aber dann viel Spaß dabei. Du bist wegen der Arena-Prüfung hier, stimmt's. Da hast du alle Hinweise für die geheime gerichtete Satzstube zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt. Voll quicknick, dass du aus dem Nichts einfach eingeschossen kommst. Cool. Gebratene Reisbällchen. Wie groß soll die Portion sein? Mittel. Das war schon mal richtig. Ich auch nicht. Aber man kann's ja machen. Ja, kommt drauf an. Ich brauch's nicht. Ich mach's auch nicht. Auf welcher Flamme soll das Gericht zubereitet werden? Feuersturm war das, glaub ich. Und womit möchtest du das Gericht abrunden mit einem Spritzer Zitrone? Ich glaube, das sollte richtig sein. Wie gesagt, höre noch zu. Da ist er wieder. Ja, cool. Ah, jetzt haben wir eine andere Animation. Okay, mittlere, gebratene Reisbällchen. Feuersturmstufe mit Zitrone. Rumpelpolter. Ach, da ist die Kampf-Arena. Okay. Guck mal, das ist auch wieder schön drin. Das ist doch besser als die andere Klimbatsch. Damit hast du... Hä? Ja, mach ich. So, ich hab bestanden. Aber was ist das denn jetzt? Wo sind die Leute hin? Alle rausgeschmissen. Hier wurde gekämpft. Damit sich Pokémon verprügeln können, wird hier einfach mal jeder Gast rausgeschmissen. Einfach Ninja-Dojo ist so. Okay, ich hole mal das Mikla-Bike und Waluigi. Okay, weiter geht's. Geh doch mal schnell zur Schwester Yoi. Da ist sie. Und dann gehen wir direkt rein. Da bin ich mal gespannt, ob wir ihn direkt beim ersten Anlauf knacken. Waluigi, bester Mann. Ja, geht so. Pokémon heilen. So, dann können wir direkt starten. Mein Favorite... Mein Favoriten-Charakter ist Ludwig. Okay. Hört man auch nicht auf, dass Leute... ...aus solch wie Ludwig oder andere direkt mal gehen. Die Hinteren. Die meisten sind ja klar Link oder Luigi ja auch. Mario wundert mich, dass nicht so viele Mario spielen. Aber naja, ist ja auch nicht der Allerbeste. So, jetzt kämpfen wir gegen die... ...den Arena-Leiter. Möchtest du Arena-Leiter? Okay, herausfordern. Den außergewöhnlichen Angestellten. Klar. Ach, das ist er bestimmt, Betten. Dann begib dich jetzt bitte zum Kampfplatz. Ah, okay, du bist dran. Ach so. Der Vogel. Und das ist irgendwie cool. Hallo. Störst du mich beim Essen? Ich heiße Aoki und wurde der Mesclara Arena als Arena-Leiter zugeteilt. Glückwunsch, du bestandene Arena-Prüfung. Du solltest übrigens auch die anderen Gerichte hier probieren. Die sind alle recht gut. Nicht nur die Reißbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk. Sonst kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Bringen wir diesen Kampf hinter uns. Ist das dein Ernst? Der Mario spielt, ist viel zu normal. Ja, ist echt so. Aber ich glaube, gerade der ist komisch. Jeder, der so Luigi oder Link jetzt spielt, der ist normal. Der Mario spielt, ist irgendwie anders. Sehr geehrter Herausforderer, beiliegend ist meine Einladung zu Kampf. Hochachtungsvoll, Arena-Leiter Aoki. Wer ist er denn? Was ist denn los mit ihm? Lass mal die Krawatte richtig rücken. Das Schlips. Arena-Leiter Aoki fordert dich heraus. Bestimmt. Was? Der erinnert mich an irgendjemanden, aber ich weiß nicht woran. Das ist nicht ehrlich, sondern das Pokémon. Ich habe gerade erst gegessen. Gehen wir langsam an, ja? So, Donphan. 35. Ich bin zu früh hier. Koalelu. Okay. Setz-Gene ein. Donphan wird schläfrig. Ich kann anfangen, du pennst ein bisschen viel hier heute. Einmal noch, dann wird Donphan einpennen. Bringt Kurien schlag ein bisschen was, wir können es mal versuchen. Koalelu setzt Slam ein. Oh, jei, jei, jei. Geht sich KP weg. Aber ist nicht so stark, da hätte ich auch gleich hier Stammwalze behalten können. So, fünfmal getroffen. Und Donphan pennt. Das könnte Donphans Ende bedeuten. Ach, jetzt habe ich aus Versehen, Vorrieren schlag wieder gemacht, aber eh egal. Und Slam hat uns verfehlt. Donphan schläft tief und fest. So, nochmal, Dampfwalze. Koalelu sucht wieder, das Streit mit Slam. Donphan ist aufgewacht, wow. Donphan sitzt Dampfwalze ein. Klasse, wir haben Koalelu besiegt. Alles klar, der erste Sieg geht an uns. Donphan gleich mal Level 31. Nächstes kommt Dummy Miesel. Ja, diese möchte ich in Weiterentwicklung. Da gehen wir mal zu Maskagato, ich will es wissen. Donphan kommt zurück. Los, Maskagato. So, Aoki schickt Dummy Miesel raus. Auch Level 35. Da gehen wir gleich mal mit Samenbomben wieder bei. Dummy Miesel setzt Schlangenblick ein. Paralysiert uns direkt damit. Okay. Ich habe keine Lust, eigentlich ein Para-Heile einzusetzen, weil wenn man es gleich wieder paralysiert, dann ist das alles irgendwie immer umsonst. Dummy Miesel, den Superbohrer ein. Oh, hat auch tief gesessen. Noch so eine Attacke, dann sind wir platt. Hoffentlich kann Maskagato kämpfen. Jawohl. Und Dummy Miesel auch besiegt. Schön. Im Moment steht es 2 zu 0, aber ich habe auch Donphan eingetauscht. Wenn er wieder draußen ist, dann haben wir verloren. Staraptor. Pokémon wechseln. Na klar. Staraptor gegen Voltrian. Vogel gegen Vogel, aber meiner ist noch ein Elektro. So, komm, los Voltrian. Naja. Immer noch besser, als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Ah, okay, ich schicke Staraptor in den Kampf. 3 Stunden 40 Minuten, Tobi, wird langsam. Volt 4 Stunden, klar. So, Staraptor. Ich komme jetzt mit Terra-Kristallisierung und Donnerblitz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Terra-Kristallisierung die Pokémon noch träge macht. Naja, wir haben hier Flug gegen Flug. Welcher Typ war das jetzt eigentlich in der Arena? Irgendwie hat er alles gehabt, ne? Nicht übel. Sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Na, was kommt jetzt? Terra-Kristallisierung. Hey, Aoki. Reiß dich zusammen. Wenn du meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gib mir wenigstens ein heftiges Spektakel. Alles klar. Wie, jetzt kommen noch Leute dazu und sind... Oh, ist das heftig. Mitten im Kampf erst mal so eine Animation. Gebt alles, ihr Bein. Achso, das rufen alle. Gebt alles, ihr Bein. 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 So, einfach Lieferando. So, da kommt die Terra-Kristallisierung. So, jetzt bin ich gespannt. Terra-Kristallisierte Sterraptor gegen Terra-Kristallisierte Svoldtrian. Jetzt kommst du drauf an. Der eine ist Level 35, der andere 36. Ich finde die Musiker, der ist einfach geil. Die zieht somit, die reicht einrichtig mit. Dann mal los. Bereit für eine Attacke, die mitten aus dem Öden Arbeitsleben kommt. Fassade? Was hat das mit Arbeitsleben zu tun? Wenn du jetzt irgendwie Laptop-Einsatz und so... Was? 94 Kp abgezogen. So, war es rein. Erst mal sitzen. Und Starraptor wurde besiegt. Oh, das war mal krass. Also Starraptor, die Attacke, die eigene Versatzte war mega stark. Okay. Wir haben unseren dritten Orden. Voltrian erreicht Level 36. Voltrian versucht, Agilität zu erlernen. Nö. Ist ja nur eine Attacke, die die Schnelligkeit steigert. So. Da waren meine Augen wohl größer als mein Magen. Jawoll. Und ziehen ihm gleich noch 6480 Pokedoller aus der Tasche. Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nur diesen Ordner überreichen. Da muss jemand wohl auf Toilette. Der Kampfer hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hältst du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Können wir gerne machen. Das ist klarer Arena. Gemeistert der Weg des Champs. Schön. Ich hätte gestern Zeit gehabt, wäre meine Watchtime auch so hoch. Hätte ich gestern Zeit gehabt, wäre meine Watchtime so hoch. Ja, stimmt. Aber alles gut, Tobi. Das wird sich noch einpendeln. Wenn du drei Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 35 leichter facken. Ah, und sie folgen deinen Anweisungen. Nicht Konzept. Rezept. Hä? Habe ich was Falsches gesagt? Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung. Aber nimm das hier bitte trotzdem. Oh, TM25. Fassade. Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen? Verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ah, okay. Ich finde das Essen hier ziemlich schmackhaft. Und keine Sorge, die Rechnung geht natürlich auf mich. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. Äh, äh, äh. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Brauchst du, habe ich dir gerade 6.500 Pokedolle abgeluchst? Naja, er hat gesagt, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Aber weil Restaurant... Ah, dein Ernst? Er hat gesagt, du hast mich aus dem Rezept gebracht. Oh, Verzeihung. Hallo. Du hast soeben den Arena-Orden dieser Arena erlangt. Ja. Nicht wahr? Dein Name war Johnny G, wenn ich mich recht erinnere. Sag, strebst du auch danach, Champ zu werden? Ja. Nein! Ich habe es mit dem B gedrückt. So ist das also. Oh, ich bin so dumm, ne? Dabei verfügst du über außergewöhnliches Talent für jemanden, der noch jung ist. Wie bedauerlich, dass du es nicht genutzt hast. Oh, ich habe mich hier noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Zagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga. Das ist die Organisation, die für die Verwaltung der Arena zuständig ist. Wenn du weiterhin Arena-Orden sammelst, könnten wir uns in Zukunft erneut begegnen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Mist, ich wollte nicht Nein drücken. Oh Mann, richtig dumm. Glückwunsch zu seinem Sieg, wenn der Arena vermisst klare. Okay. Dann sind wir hier auch erledigt. Sind wir erledigt, sind wir hier auch durch. Okay. Wo geht es jetzt hin? So, meinen Kurs können wir auch teilnehmen. So, wir müssen erstmal zum Pokémon-Center. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal da hinten hin und mach mal den Terra-Raid. So. Direkt mal zur Schwester Joy. Hallo, willkommen beim Pokémon-Center. Soll ich deine fleißigen Pokémon wieder fit machen? Klar. Erstmal heilen und dann kannst du uns auch sagen, wo es hingeht. Und dann gehen wir rüber und machen mal den Terra-Raid. Und dann sehen wir mal zu, dass wir weiterkommen. Weil wenn der schon Level 35 jetzt war, dann kann das ein bisschen böse enden, wenn wir zum nächsten Arena leider kommen. So. Soll es nicht rum. Das ist schön. Und jetzt gib uns mal einen Tipp. Um Rat zu fragen. Mal sehen. Wo könntest du als nächstes hin? Ich empfehle dir, das Versteck der Chi-Bande von Teamstar aufzurufen. Shugi, der Boss der Gift-Mitglieder, scheint auf einen würdigen Gegner zu warten. Warte kurz, ich markiere dir den Ort auf deiner Karte. Ich habe da ein neues Ziel eingetragen. Gute Reise und bis bald. Ja, Gift-Pokémon. Da habe ich immer so einen Abstand von gehalten. Ich mag die nicht. Weil immer vergiftet zu sein, dass man das dann weiterzieht. Und das nervt halt richtig. Aber gut, gehört dazu. So. Da haben wir nochmal eine Poké-Puppel. Die hier auch irgendwie tausend Stück rumliegen. Ein Rassaf. Rassaf. So, ein Trasla. Da, also Guadevoa oder Galagladi. Das ist immer cool gewesen. In Smarag ging ja leider nur Guadevoa. Und in... Hier, Sinnoh, konnte man sie oder ihn denn ja endlich zu... Ich habe den Namen gerade vergessen. Okay, Lea. Galagladi entwickeln. Das war cool. So. Wir kämpfen gegen Trasla. Mal gucken, was noch so... Das war alles Zerpeisel. Oh, alles bekannte Pokémon. Schnäppke. Zerpeisel. Magneton, Donphan. Sag mal, da haben wir ja Kanto, Yoto, Höhn, Sinnoh. In der richtigen Reihenfolge. Das ist ja mal cool. Das freut mich. Donphan setzt Dampfwalzer ein. Schnäppke fand ich auch immer mega cool. Allein schon wegen dem Anime. Ash hat ja damals eins gefangen. Und das hat sich ja später noch zu 400 Toren entwickelt. So, Trasla wurde besiegt. Werden wir nicht fangen. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir zwei EP-Bonnungs in S&1 in XS. Okay. Weiter geht's. Die EP-Bonnungs könnten wir eigentlich gleich auf knapp Bohnen schießen. So, dann komm mal. Perfekt. Wir gehen mal in den Beutel rein. Wo sind die EP-Bonnungs? Da haben wir die drei schon mal einsetzen. Fünf ES-Bonnungs haben wir übrigens noch. Knapp-Bonnungs erreicht Level 36. Schön. Man entwickelt sich knapp und dann hätte ich gehofft Level 36, ne? Ja, dann gehen wir das erst einmal Donphan. Damit er so ein bisschen hinterherkommt. So. Und dann wollen wir mal zum... Hashtag von Team Star. Wie weit ist das überhaupt weg von hier? Nicht, dass wir jetzt da hinfahren und dann ist irgendwas anderes auf dem Weg. Ah, da müssen wir hin. Schwimmen. Der Vater Legenden. Calderosee. Ach, Drachen. Herrscherorden. Ne, 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 ne. Das ist falsch. Hä? Ist das nicht markiert hier oder was? Wo muss ich denn jetzt hin? Bald Mario Kart. Ja. War mich auch schon. Da oben. Wir sind jetzt hier. Achso, und dann gehen... Okay, dann fahren wir erst mal da hin. Und dann geht's zum Montanata. Komme ich hier denn einfach so hin? Das ist doch jetzt... Das nervt mich jetzt schon, wenn ich das schon sehe, ne? Na gut, wir probieren's mal. Schwester Joy hat gesagt, wir sollen da hin. Die wird uns ja nicht scammen, ne? Hoffe ich zumindest. Ui, 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 ui. Weiterentwicklung. Weiß nicht, wie sie heißt, aber sieht toll aus. So, eine Mago-Beere. Da ist ein Mogelbaum. Mobile war auch mega süß. Kam ja in... Sinn nur dabei. Dazu. Okay, wir ziehen mal durch. Mesclores Passage. Zum Montanata. Dahinten ist ein Terra Raid. Weil ich noch was ETA mitnehmen. Trank. Bin noch draußen. Bin gleich wieder da. Moins, Maunruppel. Alles klar. So. Premierball. Premierball.